Hat er nicht vergessen, doch hat er! Ja, wie jedes Jahr eigentlich mit einem Monat Vorrang für euch, aber nee. Mein Jahresspecial, das Fünfte steht an, wie immer, FAQ. Nichts Besonderes, aber dadurch, dass sich ja immer wieder pro Jahr was ändern kann, wiederhole ich das immer gerne. Ich habe für dieses Jahr allerdings zusätzlich zu den Fragen, die ihr mir stellen könnt, bis zum 5.7., weil ich dort das Video dann aufnehmen werde, was dann am 6.7. kommt. Ein Link in die Beschreibung noch zusätzlich getan, ist zwar englisch, aber who cares? Dort könnt ihr euch dann halt Nummern aussuchen, wo dann halt schon vorgefertigte Fragen sind. Und dann könnt ihr entweder nur einen Kommentar auf YouTube oder auch in Tumblr, wenn ich die Funktion gerade noch drin habe, das weiß ich gerade nicht. Ihr müsst ja dann halt mal gucken. Ja, mir dort eine Zahl schicken, entweder in Tumblr selbst unter dem Post im Link oder bei YouTube. Und dann werde ich auch diese Fragen beantworten, falls euch nichts Besseres einfällt. Ihr könnt natürlich auch sonst auch wieder bei beiden Plattformen Fragen stellen, die nicht dort vorhanden sind, sondern eure eigene. Und dann werde ich mal gucken, wie dieses Jahr wird mit den Fragen von euch. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und freue mich auf den 5.7. direkt ein Tag nach meiner Mäntlichen Abschlussprüfung. Ich glaube, ich habe es nur vergessen, so ein bisschen, weil ich eben meine Prüfung hatte, aber hey, noch ist es nicht zu spät, also stellt Fragen, ich beantworte. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Bis dahin, viel Spaß.